Hi, ich bin Rufs von HipHop.de und das ist eine neue Folge von Was Los? Ich bin der neue Praktikant in den Redaktionen Promenade und 48.1 und ich stelle euch heute meine Lieblingsplatte 18 von Nougat vor. Hauptsächlich höre ich deutschen HipHop, Rock und alles verschiedene, bunt gemischt. Das ist das Album 18 von meinem guten Freund Nougat und es ist ein reines HipHop-Instrumentalalbum. Die EP 18 handelt von einer Geschichte, wo ein Mädchen den Produzenten verarscht. Die EP handelt von der ersten Begegnung bis zum letzten Streit sozusagen und das ist die Platte. Der Track Never Forget handelt über die erste Begegnung mit dem Mädchen. Der Song Fuck Mary ist dann sozusagen die Rächung an dem Mädchen vom Produzenten. Die EP 18 von Nougat kann ich sehr weiterempfehlen. Sie hat sechs durchgehend coole Tracks. Eine coole Story ist dahinter und die Tracks gehen einfach alle super nach vorne. Wenn ihr HipHop mögt, wenn ihr deutschen Rap mögt, so Nougat macht auch viel mit Münsteraner Rappern, Fiffy und Prey. Hört es euch an, das lohnt sich. Unterstützt ihn und ja, gute Musik. ... ... ... Ja, danke.